fuck alter was macht das stück scheiße da junge bin ich blind da war doch ein monster oder richtig dick böses spiel nein bitte geh weg ich einfach nur man kann sich nicht mehr in den kacken werden dass die immer meine tür weg ficken müssen diese türen die geben mir noch so einen kleinen halt ein bisschen hoffnung aber wenn die weg sind und ich kann mich nicht verstecken dann ist das scheiße okay ich muss jetzt mal hier unten gucken jo üble typen die hier das hier alles durchballern mhm aber ich dank dir wegen dir bin ich weiter gekommen ich hoffe nur dass du jetzt weg bist da ist sie doch irgendwo tja aber wo eventuell eine ganz dumme idee hier jetzt lang zu laufen ja ja alter der stand da kann der sich nicht verpissen oder sowas da ist doch ein laudanum ach scheiße da ist schon wieder was was wartet der spaß boah der kriegt schiss wenn er ihn anguckt na gut ähm ich wollte ihn jetzt mal anlocken dass er irgendwas macht weil irgendwie muss ich hier ja weiter kommen ich will eigentlich überhaupt keinen kontakt mit diesen missgeburten oh scheiße ne hätte ich den max jetzt an meiner seite wäre das wieder was ganz anderes können wir das monster verarschen oder irgend sowas oder lustige sachen machen aber hier oh nein ich glaube ich weiß was ich machen muss ich glaube ich muss das monster hinter mir her holen und dann durch den gang oh ne ok ich werde mich jetzt zusammenreißen und das durchziehen ey du pisser ja du genau du hallo ich piste nicht selber in die Hose das macht mich noch schwächer ey Mungo verrückte Mungo ok war wohl die falsche Anrede alter ey das ich krieg das irgendwie nicht hin scheiße hehehe ey man ey man ey man ok ok fuck 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 ich lag doch falsch Mensch ich sollte einfach nur einen Stein ins Wasser werfen und nicht den Typ ich wollte ihn ich wollte ihn oh lauf 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 junge oh shit alter Nein Geh auf Scheiße Ne man Alter Scheiße Alter Junge Alter So ein asoziales Stück Scheiße Alter Dieses Spiel Find mich wirklich richtig mies In den Arschpätern Boah Scheiße Dass ich das für euch Let's play Oh mein Gott Okay Okay Bin ich hier wieder Muss ich das Stück Scheiße Wieder Weglocken Dass der jetzt gecheckt hat Dass ich da bin Oh man Hey lol Ich glaube ich bin Wo ganz anders wieder Ne Moment mal Wenn der jetzt da hinten Auf mich wartet Gerade ein bisschen Scheiße oder Bitte Bitte sei nicht da Bitte Hier war's alter Ich hab gedacht Ich krieg die Tür noch Schnell zu Ich hatte irgendwie So ein Türfail Hatte ich Dass ich die Ich hab die nicht Aufbekommen am Anfang Und dann kam Ich seh den Wie der mir so Hinterher schreit Also Dieses blöde Geräusch Und der Typ Kommt angerannt Ich krieg die Ich krieg die Tür Nicht zu alter Auf einmal Ist er bei mir drin Und klatscht mich weg Oh Endlich Man Oh Leute Alter Wirklich Sehr hartes Projekt Wenn ich das mal so sagen darf Auch wenn es nur ein Spiel ist Leute Das haut rein Oh Endlich Aus diesem hässlichen Loch raus Ich freu mich so Dass ich hier weg bin Obwohl es hier Irgendwie nicht Besser ist Naja Ich bin Ich sollte stolz Äh Rütze ich nicht Ich sollte eher Zufrieden sein Dass ich aus diesem Drecksloch bin Mich nicht beschweren Wenn es hier wieder dunkel ist So vielleicht Wartet der Spasti da unten Na Ich denke ja nicht Was haben wir denn hier Eine Zünderbüchse Bretter Na gut Mit denen kann ich nichts anfangen Ich muss gucken Ich werde jetzt auf jeden Fall Öl sparen Vorgehen Weil Man muss wirklich aufpassen Mit dem Öl Was man hat Äh da war doch was Nein Sind nur Wassertropfen Hallo Ziemlich dunkel hier Lol Ich dachte Der wäre ein Monster Hinten Sah nur so aus Ach Dass der sich gleich Wieder einpisst Wenn es dunkel ist Aber wenigstens Ist mein Hürn wieder Glas klar Also der Psychologische Zustand Ist sehr gut Besser geht es nicht Barrels Was haben wir denn hier Zünderbüchsen Irgendwas Kann man sich bestimmt Gut verstecken Na gut Oh ich höre jetzt So einen Typ Alter Okay ich gehe hier mal weiter Oh wieder so eine Ritter Agrippa I need you to stay awake Can you feel the syringe No I can't feel anything Alexander Yes Soon I won't Even be able to move Real life Your life is safe I don't Don't But will it be worth living Krank Was haben wir denn hier Die Schaufel werde ich für nichts Verwenden können oder Ne Wo bin ich denn hier gelandet Mann Ach Da Hängt einer Cool Also hier sieht es nicht so ein Einladend aus Wenn ich ehrlich bin What the fuck Der lebt noch Was Der lebt noch Der lebt noch Ob ich den Traum kann Alter Please Thank you You have my gratitude My name is Agri Who are you being? Like a prophet thrown into the lion's dead? Lol das ist Agrippa nicht im Ernst Are you Moses lion's dead? You want to stop Alexander? Oh my So Babylon Shall follow you Say You hurry too much Alexander is toothless Without at all The hospital That's That's Not very promising The sector Is basically A benefit But I'll guess Why It could be Bleached By another But Alexander I mean Michael A long time ago Really? There you tell the truth I'm on me Sie can't The pieces of broken Suche die Bruch Wah Suche die Bruchstücke der Kugel zusammen Und setze sie zusammen Toll Die Bruchstücke der Kugel Die Bruchstücke der Kugel Die Bruchstücke der Kugel Sechs Stücke darf ich dann wahrscheinlich Die Bruchstücke der Kugel Ganz toll Aber Alta Oh shit Na oh warum lauf ich denn da rein Ich wusste es Aber Agrippa sieht schon ziemlich Die Bruchstücke der Kugel Ich check es nicht mehr Warum der Typel noch lebt Warum hängt der da überhaupt Warum lebt der überhaupt Und warum kommt seine Stimme aus dem Teil Ich glaube wenn ich hier stehen bleibe lauert der Typ weiter Okay ich muss jetzt so sechs Teile Für eine Kugel sammeln Es kann von hier aus nicht geöffnet werden Das freut mich wirklich sehr Es kann von hier aus nicht geöffnet werden Ich höre irgendwie ein Monster Ich mache hier einen Cut Ich kann nicht mehr ohne Spaß Dieses Spiel macht mich so platt Ich werde hier jetzt mal wieder eine Pause einlegen Ich hoffe es hat euch gefallen Ja Bleibt dran Haut rein meine Freunde Ich hoffe es hat euch SCH Alison